Ich habe mein Bestes gegeben, dass das Video safe ist. Für Streamer, bitte packt eure Facecam hier unten rechts hin. Was? Nochmal, stopp! Jetzt ist meine Facecam weg, oh Mann! Oh, jetzt ist meine... Ich habe meine Facecam weggemacht. Für Basti, bitte mach einfach so wie immer. Und Kevin, du stinkst. Wenn ihr mir Clips schicken wollt, macht es über meinen Community Discord, Link ist in der Beschreibung, oder über meinen Twitter, at moin mit der Ben. Und ja, enjoy. Was ist das nochmal für ein Symbol? Was ist das nochmal für ein Symbol? Das ist doch irgendwas. Was ist das? Ist das nicht von Twitch? Hey, das kommt, wenn man einen Smiley macht bei Twitch? Das verstehe ich nicht. Äh, Kevin, wie heißt das berühmte Fahrzeug aus dem Film Cars? Scammed. Lightning McDick, äh, McQueen. Äh, äh, Marc? Äh, äh, Marc? Äh, 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 Lightning McDick? Chat? Ich liege jetzt meinen Schwanz, okay? Bitte nicht. Dicker. Ey! Nein, fick dich! Das ist mein Boot! Ey, gib das zurück, oder ich bade dich. Oh mein... Da würde ich nicht rein, da sehe ich mich nicht. I saw it. Der Waggon! Ihr seid... Verlierer. Weint! Weint! Für euren Minecraft-Chef! Chilliges Aim. Mit der Autosniper. Hey, Reapaz ist letzter! Reapaz ist neunter! Max ist zehnt, ja. Ich glaube, ich try's nochmal im Sitzen. Ja, true, flieg nicht bei Tisch in das... Danny, wie wird Trinkalkohol fachsprachlich noch genannt? Ethylen, Ethanol. Trink, Trinkal... Ethyl, Ethyl, Ethanol. Ethylen, 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 Ethylen. Äh, Vodka! Stark! Ach, scheiße, doch, Digger. Ja, 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 komm! Ja! Henke ist ein Mann, oder? Ich hab mir actually gerade in die Hose geschissen. Kenn ich. Ist ja auch keine Hose an. Okay, wie viel kann es sein hier durch... Wenn nicht die Körpergröße zählt... Ich will... Wer ist das nochmal? Johnny, der sieht aus... Das ist Vlesk. Johnny Depp. Ich will die Hälfte von deinem Gehalt. Kriegst ein Drittel. Ein Viertel. Die 500... Die halbe Million Abonnenten hat auf Twitch geknallt, Chris. Einfach heute red im Stream. Abonnenten? Yeah. Oh, ich zeig... Ey, du Arschloch! Du Pipi-Arsch! Du... Warum ist der so sauer? Ist doch nur Minecraft. Der pupscht dich in den Arsch! Ach, 24 ist er. Ach so. Oh. Ja, wie alt war der im Feuer? Einfach Obst. Banane. Das... Ja. Einen richtig nicen BMW angefahren. Nice. Tony... Ich und Tony haben was gemeinsam. Tony hat ein BMW angefahren und ich bin auch ein BMW mit 180 hinten rein gefahren. Tony... Und ich... Legit... So. Chillig, Digga, chillig. Du bist... Du bist... Ja, leicht links, aber eigentlich mittig. Ja. Jetzt Mitte. Ich schwöre, das ist ein Strike. Du hast ein Strike. Digga, ich finde... Äh... It's a snake... If... Is it... If it's a snake or it's a rock? No, it's Revis fat cock. No, it's Revis fat cock. Danke, Tombert, I guess, für die 7 Euro, Dono. Mit diesem nice text. Um... Did you laugh because it's true, right? Ja, very accurate. Ja, very accurate, aha. Groß. Groß. Hey Google... Kauf... Ein Toaster bei Amazon. Digga, brauchst du nicht. Du kannst einfach mit ne Kamera nutzen, du... Amazon. Wenn das wieder geklippt wird, dann gibt es dafür eine Anzeige. Ich bin das, Micky! Ich bin das! Junge, du hast eine Lehre, die 60 ist? Warum lebt die noch? Digga, das ist so ein Safe Cause, das ist ein Fake-Clip. Da passiert doch nichts mehr. Okay. Ist das so das Zeichen? Ist das eigentlich ein generell anerkanntes Zeichen? Ja, du kannst das... Das ist das offizielle Männer- oder Frauenzeichen? Ja? Alles aus Pokémon gelernt? Aus Pokémon gelernt, Digga. Oh mein Gott, Digga. Basti, danke für den Zap. Wirklich, danke. Geh kurz meine drei Hände, mit dem ich das Croissant angefangen habe, waschen. Drei? Nur ein Hund. Danny ist so ein dummer Wichser. Ich werde das machen. Hm... Panda? PANTA! Bro, mein Englisch ist wirklich okay, schau. Alright, nice guys. We, ähm... We have... Was ist abgeschlossen, Chef? So eine dumme Sau. Was ist das? Hä? Ein Koala. Ist das eine Biene? Boah, Fabo, Alter. Was? Junge, ihr habt die so gefickt! Okay. Wann endete der zweite Weltkrieg, Danny? Oh mein Gott, ey. 19...1989. Digger, man kann wirklich so froh sein, dass es Twitch gibt, damit Danny nicht arbeitslos ist, damit wir für den kein Hartz IV zahlen müssen. Das ist so nice, das ist so nice einfach. Dieser Mann wäre wirklich, den kannst du keinen Job machen lassen. Den kannst du keinen Job machen lassen. Wir können so froh, dass es Twitch gibt, damit Danny auch sein Geld verdient, damit Danny als Arbeitsloser gemeldet ist. Das ist so gut, Digga. Junge, bin ich froh, dass Danny keinen, dass der keinen normalen Job hat. Irgendwas, wo man Auto fahren muss oder so, oder irgendwas mit Verantwortung. Das ist gut. Also, ich will, ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber Eier hab' ich nicht. Chat, kann man sich selbst fisten? Ja. Wir zählen runter. Eins, zwei, drei. Das ist hoch. Bugli, 24, geht in einen Spielzeugladen und spielt, als wäre er dritte. Langsam, versteh' ich, Harald. Bett, ich treff' Adrian. Pass auf. Der trifft, der trifft. Ja, ja, ich, deswegen sag' ich, er frag' mich einfach. Imagine, du musst die Lava wegmachen, Alter. Wer fehlt in den Lava? Anfänger. Hier. Eck-Eingang. Da, wo Holz ist. Der trifft, der trifft. Der trifft. Der trifft. Der trifft für sie. Ist ja dumm, der muss doch einfach nur dran ziehen. Digga! Als würde Fabo wissen, wie das geht. TF-Manager, dankeschön. Ey, ihr müsst euch vorstellen, das ist dann so ein Fabo in seinem AMG. Mit 400 Sachen. Bist du schon mal Auto gefahren, Danny? Nee, man macht beim Autofahren nicht so. Dicka, das ist nicht Autofahren, was du da machst, das ist irgendwas ganz anderes. Er hat keine Ziele im Leben, drogenabhängig, und hat nur einen Jogginganzug, den er jeden Tag trägt. Einfach Goals. Einfach Goals. Ich brauche einen. Weiten. Nicht zu hohen Sprung. Kriegst du, Jump King. Den schönsten, den du je gesehen hast. So ein Wichser. Ist das ein Pferd? Geht nicht anders. Das ist wirklich ein Pilz, Digga. Ich habe nur Pilze. Die ganze Runde. Nur Pilze, Digga. Brooos. Digga, jalla. Ich mache ja wirklich, Junge, hier. Krieg ich, oh mein. Oh, Digga, Kevin, nein. Da oben würde niemand guten Staff hin. Stark. Jetzt, Jungs, chat. Watch it. Watch it, wenn du ihn nicht. Das gefällt mir. Mal gucken, wer ist das Schlusslicht. Das kann man sich immer lustig machen. Das ist so eine geile Idee, Broo. Ähm, was ist, wenn wir einfach mit einem PS5-Controller draufhauen? Trinken, Lazzo, Trak vor. Essen, trinken, ähm, Uludag. Was ist das? Das ist diese, also ich will nichts falsch sagen. Ist das nicht diese Ziegenmilch beim Döner-Mann? Ziegenmilch? Hä? Ist Uludag nicht einfach, ähm, normale Milch mit Salz? Die Schwänze sind eigentlich geil. Aber auch bei Brüste sind voll in Ordnung. Bei Brüste sind auch cool. Don't ever talk to me again. Ich dachte, dass es nur so eine kleine Eisplattform ist. Es ist, kann es sein, dass es im Winter so aussieht und im Sommer mega klein ist. Die ist fucking riesig. Echt? Ohne Fallschirm zum Fjord zu gleiten, war das ein tödlicher Fehler. Was? Das fühlt sich mir so gut an. Du hast zwei, drei Punkte. Eine Diagnose aus dem Autismus-Spektrum ist wahrscheinlich. Danke, Romianz. Let's go. Nice. BAM! Big BONG! Druck den Screenshot aus, rolle ihn zusammen und schiebe mir richtig geil in den Arsch. Was ist das denn für eine Tierlist? Eine Disney-Tierlist? Hey, ich kenne die meisten Filme gar nicht. Ich würde halt alles, wo eine geile drin ist, nach oben und alles andere, was nicht geil ist, nach unten machen. Oh, Daddy! Das war oldschool, oldschool, oldschool Ami-Rap, auch Hitter, auch anders. Nee, nee, nee. Das war nicht. Der war legit so groß. Ich hab den so eingestellt, ich war so... Ich musste zurück. Juuuuuge! Okay.